Die Bank wäre wie ein guter Freund. Mit all den Eigenschaften, die man so an einem Freund schätzt. Dass er sie nicht warten lässt. Durch den Citybank Terminservice. Dass er alles Menschenmögliche für sie tut. Mit dem Citybank Ideenservice. Und dass er sie immer wieder angenehm überrascht. Mit dem Citybank Sympathieservice. Ein Freund, der ihnen nahe ist und nicht hinter Glas. Beim Citybank Kassenservice. Also, ihr werdet dann mit uns beiden. Citybank, so leicht geht das. Deutschland ist sich endlich einig. Ja, das sind Pompfritz. Im Knusperdip vorgebacken sind sie sagenhaft knusprig und peppig gewürzt. Macht Mädels heiß und alle Jungs scharf. Worauf also warten sie noch? 1, 2, 3 Salam Fries von McCain. Knuspriger können Pompfritz nicht sein. Die drei Grundsätze eines Bodyclouds. Nie darfst du sie aus den Augen lassen. Nie dich sicher fühlen. Nie dich verlieben. Kevin Costner und Whitney Houston. In Bodyguard. Jetzt im Kino. Unabhängige Werbetests haben ergeben, alle lieben den Toyota Hund. Aber den Toyota Carina kennt immer noch nicht jeder. Deshalb jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit. Den neuen Carina gibt's mit ABS, Airbag und dem sparsamen 16V Marker Mix Motor. Alles klar? Dann gibt's zur Belohnung noch mal die Lieblingsszene. Pardon, die Lieblingsszene. Na bitte, der neue Carina. Nichts ist unmöglich. Toyota. Zwischendurch kann man entweder etwas ganz Gewöhnliches essen oder man kann einen Obstgarten genießen. Leider ist es gewöhnlich oft ein wenig schwer. Obstgarten dagegen ist ein absolut locker leichter Genuss für zwischendurch. Obstgarten Genuss muss keine Sünde sein. Herr Professor, Sie haben offensichtlich gute Abwehrkräfte gegen den Winter. Ja, Wig Zitrone Plus. Kein anderes Bonbon hat mehr Vitamin C. Und ohne Vitamin C wird es schwer. Genau. Wig Zitrone Plus Hustenbonbon macht hart für den Winter. Bei normalen Anstrengungen schützt das neue Credo Pro aktiv wie gewohnt. Doch ganz anders. Sobald meine Körperwärme steigt, setzt der Aktivschutz an. Wir bestreichen die Hände für diesen Frische-Test. Wir steigern die Körperwärme und Credo bleibt frisch. Immer wenn ich's besonders brauche. Neu. Credo Pro aktiv. Wird aktiv, wenn Sie aktiv werden. Der Fels in der Brandung. Württembergische Versicherung. Jetzt neu. Camille Night Repair. Zur Regeneration ihrer Hände über Nacht. Neu. Camille Night Repair. Oh, ist ja toll, was du daraus gemacht hast. Und aus diesem Porzellan hast du sowas Schönes gezaubert? Das ist ja wirklich sehr hübsch geworden. Woher weißt du bloß, wie man das alles macht? Aus Freude am Gestalten. Freude am Gestalten ist die neue Zeitschrift zum Sammeln, die Ihnen alle kreativen Techniken zeigt, damit Sie Ihre schönsten Fähigkeiten und Ideen in die tollsten Ergebnisse verwandeln. Freude am Gestalten. Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Viel Spaß. Der Fels in der Brandung. Württembergische Versicherung. In Deutschland ist kein Platz für ein zweites Nachrichtenmagazin. Doch. Fokus. Das neue Nachrichtenmagazin. Wenn Sie das Gemüse für Ihr Baby selbst anbauen würden, würden Sie auf Chemie verzichten. Schädlinge würden Sie auf natürliche Weise, zum Beispiel mit Zwiebeln vertreiben. Und nur das Beste auswählen. Und genau das tun wir im HIP-Bio-Anbau mit der Erfahrung von über 30 Jahren. Ihrem Baby zuliebe und für eine gesunde Umwelt. HIP-Baby-Kost. Das Beste aus der Natur. Das Beste für immer. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Heike Henkel. Heike Henkel. Sportlerin des Jahres. Wer an der Spitze bleiben will, muss ganz schön hart arbeiten. Wer tolles Haar will, überhaupt nicht. Vidal Sassoon Wash & Go. Salon, Shampoo und Pflegespülung in einem. Wash & Go gibt mir tolles Haar ohne viel Aufwand. Vidal Sassoon Wash & Go. Tolles Haar, ganz einfach. Jetzt beginnt die blaue Stunde. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Litamin mit Kollagenproteinen bewahrt Ihre Haut vor dem Austrocknen und pflegt sie seidig weich. Litamin, Balsam für Haut und Seele. Wer von seinem Pilz ein Bit mehr erwartet. Ein Bit mehr Frische. Ein Bit mehr Geschmack. Und ein Bit mehr Eleganz. Er freut sich auf sein Bitburger. Bitburger. Ein besonderes unter den Westen. Und ich heiße euch willkommen in der Welt der privaten Sicherheitsdienste. Möge Gott uns beistehen. Ein trotteliger Anwalt und ein naiver Ex-Polizist starten eine neue Karriere. Tolle Vorstellung, Soldat. Wir wollen doch mal sehen, was die für ein Spiel sind, Spielenpartner. Diese Fitnesskur für ihre Lachmuskeln reißt sie aus dem Winterschlaf. Gewerkschaftsschiebung, schwerer Liebstahl. Und jetzt mal. Es würde mich belasten, wenn wir gleich bei unserem ersten Rendezvous drauf gehen. Rein in die Sauna, raus aus der Sauna. Zwei unter Volldampf. Morgen, 20.15 Uhr auf ProSieben.